Und damit seid gegrüßt mit den Zwerge, Gnome, Hobbits und Enden, zum Bonus, zur Bonus Episode, zum Bonus Kapitel, Lebe Wohl, Life is Strange, Before the Storm. Wir starten die Bonus Episode und nehmen einen Abschied von Arcadia Bay. Und damit seid gegrüßt mit den Zwergen. Ready? I guess. But isn't your mom gonna freak? She's probably cooking with the radio on. She won't hear a thing. I bet she'll notice a hole in the floor. Trust in science, Max. Even when science means blowing shit up. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Tell me that wasn't the coolest thing you've ever seen. That was truly amazing. Why are explosions so awesome? That's like asking, why are puppies cute? Some things just are. I'm not sure your mom would see it that way. When she asked me to get rid of my old junk, she never specified how. But I guess I better do some actual cleaning, too. I'll be excavating the closet. If you see anything else to trash, help a girl out and chuck it on the pile over there. It feels like I've spent half my life hanging out in this room. Probably because I have. I can't believe those days are all over now. What can I? I can't believe those days are all over now. In a few days, my whole family moves to Seattle. I have no idea when I see Chloe again. This could be my last chance to say goodbye. But how do you tell your best friend that you're leaving her? Life is strange before the storm. Boos episode. Neverwoh. I have no idea when I'm going to help Chloe with her cleaning. Here we are now. I can't believe that I can take how long you have to walk around this place. Here we are now playing the young Max Caulfield. Bevor sie weggezogen ist in die andere Stadt. In ihre Kindheit. Als sie noch mit Chloe zusammen gespielt hat. Als sie beide noch nicht getrennt haben. Noch bevor Chloe das erste Mal auf H&M getroffen ist. Noch bevor überhaupt irgendwas passiert ist. Wir spielen jetzt das Prequel. Im Prequel. Also das ist noch vor dem Prequel. Was wir hier spielen. Also das ist das Play-Prequel. Wenn wir es so wollen. Und ja. Wir haben noch mal die Möglichkeit. Junge Max Caulfields zu spielen. Und es noch mal. Ja ja. Ich mache ja nicht. Ich sehe sie. Schaue mich gleich um. Ich wollte nur gerade. Eine wunderschöne Einleitung machen. Verabschieden wir uns also. In diesem Kapitel ein letztes Mal. Von Arcadia Bay. Von Life is Strange. Von Life is Strange nicht. Da gibt es noch einen zweiten und dritten Teil. Aber. Von. Ja. Von Life is Strange 1. Der Geschichte mit Max und Chloe. Von einem langen Abenteuer. Von einem großartigen Abenteuer. Von einem großen Abenteuer. Es sollte ein Sacrifice für dich, oh allmählte Chloe-Bear. Chloe und ich haben dieses Spiel in seitens gespielt. Und ich bin ziemlich sicher, dass es keine Pfeile ist. Wegwerfen? Wenn du meinst. Wenn du das Spiel spielst, dann macht es keinen Scheiß. Das ist B.S. Die letzte Mal, als wir spielten, habe ich den Boden mit dir geschnitten. Puh, Max. Lass deine Erinnerung an so junger Zeit. Ich glaube, wir müssen bald wieder spielen und herausfinden. Oder auch nicht wegschmeißen. Das war unser erstes Konzert nicht verabschiedet. Es war so viel Spaß. Wir mussten sehen einen anderen Show im nächsten Monat, aber... Wie krank war das Show? Das krankste. Ich arbeite auf meine Bewegung für das nächste Mal. Check es. Wir müssen uns rausziehen. Wie ist denn du, noch mehr Neuungen? Nein, noch nicht. Ich denke, ich werde noch nicht wegschrauben von der letzten Show. Beide. Okay, zurück zu den Junkmines. Chloe hat immer die Immaginärer gefeiert, als die realen. Oh, aside, Chloe's Mom wollte uns durch diese Pile von alten Klemmen, und finden was, um zu donateieren. Insofern, wir spielen Dress-up für eine Stunde. Mhm. Ich hoffe, Dr. Cloenstein ist okay. Dr. Cloenstein. Faszinierend. Die abenteuerlichen Abenteuer von Supermax und Dr. Cloenstein. Unser Verbrechensbekämpfung hat eben... hat echt einen abgehoben. Selbst du diesen Raketenantritt gebaut hast. Natürlich macht Fluggekraft die Dinge einfacher. Dr. Cloenstein. Ja, Comics vorlesen war schon immer eine gute Idee. Ich bin manchmal ein bisschen zu schnell. mit der nächsten Aktion. Woah. Talk about embarrassing. Shady, Marsh und Abe. Das hätte ich so nicht lesen können. Da habe ich... Da braucht jetzt unbedingt eine Übersetzung. Und wir versuchen weiter in Chloe's Toys zu werfen. Wie geht es mit diesen Mädchen-Band-Trading-Karten? Super kringeworthy. Ja, und lustig. Das war ziemlich lustig. Als wir zehn Jahre alt sind. Du denkst nicht, dass es Zeit für die Mädchen geht? Nein, noch nicht. Die Mädchen-Band-Trading. Für jetzt. Messier. Chloe ist ein Messier. Sie kann nix wegschmeißen. Chloe ist so ein Nerd. Sie hängt an all ihren alten Textbüchen und Schuelsupplies. Vielleicht kann man einen Spiegel-Selfie machen. Wäre doch genau was für ein Ex. Damals war sie wohl noch nicht so die Fotografen. Spiegel-Selfies. Was? Chloe hat dieses Hoodie seit Jahren gehabt. Es ist ihr Lieber. Ich glaube nicht. Verdammt. Nun wird es zu schnell weggekommen. Dein Lieber-Hoodie? Du musst es in die Luft gelegt haben. Nein. Es ist gut. Es ist entfüllt mit Hüllen. Und es fallen. Das hat dich nie zuvor verhindert. Es ist gut. Es ist kein Wettbewerb. Es ist wirklich nicht. Es ist ein Wettbewerb. Es ist ein Wettbewerb. Das ist ein Wettbewerb. Was ist das? Okay, ich habe geworfen. Oh, Sharky. Das hätte man nicht übersetzen müssen. Leute, nein, nein, einfach nein. Das übersetzt man nicht. Ich versuche nur eines Abos, ich weiß nicht. Wenn sie nicht wirklich... Die sollte man vielleicht wegschmeißen. Da haben wir noch irgendwo Puppenkupfer rum. Die Leute sagen viele Dinge über die Prescott-Familie. Aber das war ziemlich cool. Ich habe noch 100 Schülern aus 1200 Bewerbern einen Platz an unserer Schule angeboten. Ihr Kind übertrifft sämtliche Kriterien aller Erwartungen für die Zulassung. Wartet mal ab. Am 26. März wird ein Tag der offenen Tür für zugelassene Schüler und Eltern stattfinden. Der 2. April ist der Stichtag, um uns über Ihre Absicht bezüglich der Zulassung zu informieren. Ein Formular für Ihre Antwort ist enthalten. Falls Sie finanzielle Hilfe benötigen, kontaktieren Sie bitte das Büro für finanzielle Hilfeleistung von Blackwell. Wir freuen uns darauf, Sie und Chloe in der Blackwell-Familie willkommen zu heißen. Mit freundlichen Grüßen Marco S. González. Hilfe der Zulassungsstelle. Ich kann noch nicht glauben, dass Sie eine Blackwell-Akademie-Studie sind. An die Anita-Uni kommen nur die ganz feinen. Und der Labor ist logisch. Petri-Dishes für Tage. Was für die Studenten? Sind sie so verabschieden, wie Sie dachte, sie wären? Sie sind... gut. Chloe, Sie sind schrecklich bei schmieren Ihre Gefühle. Alles okay? Ich weiß nicht, ich nur... Ich mag mit normalen Leuten. Wie Sie. Danke. Ich glaube. Sie weiß nicht, was ich meine. Ich... ich weiss. Danke. Sie sind wirklich. Danke. Okay. Wissenschaftsbegeistert war es schon damals. Jetzt sehen wir Wissenschaftsbewechs. Hey... Was macht hier dein Vater Kamera? Dad hat gesagt, ich könnte es hier abbeben, um mich zu nutzen. Er ist아니t von mir zu sehen, wie du dich drehen, Oh Gott, er lebt noch. Der Dad ist noch da. Oh ja. Oha, ein weiteres Spiel. Oder auch nicht. Das ist so ein Magier-Set. Ja, das ist so ein Ding. Magische Karten, so Ringe und so weiter, die man dann zaubern konnte. Irgendwann war irgendwas verloren gegangen, das war nicht, das war nach... Nach zwei Wochen war das Ding nicht mehr vollständig. Zwei Wochen war das Ding. Das ist halt einfach. Das sieht aus wie ein guter Kandidat. Bist du verrückt? Das ist meine gesamte Magik-Kollektion. Du weißt, wie viele Wochen von Allowanz das kostet? Du hast es nicht bemerkt, seit dem 5. Talent Show gewonnen. Vielleicht ist es, weil meine Assistenz zu sein, dass ich squamisch bin. Leider hast du mich nicht gesehen. Wie planst du zu cleanen diesen Ort, wenn du nichts wegst? Ein Magischer, der sie ihren Geheimdiener zeigt niemals. Lass sie zurück. Messie. Hm, ich habe noch was nicht gesehen. Kedia Bay, Junior High School. Zeugnis 8. Klasse. Chloe Elizabeth Price. Ah, Elizabeth heißt seine zweiten Namen. Interessant. Geowissenschaften A, Englisch A, Weltgeschichte A, Präalgebra A, Spanisch 1A, Sprut B. Du war eine Spitzenschülerin. Das ist großartig. Mit Chloe haben wir noch nicht geredet, aber ja erstmal hinlegen. Es ist so schwer zu glauben. Diese Raum, diese Haus, diese Stadt. All in der Vergangenheit jetzt. Oder schon zu sein. Chloe. Who even am I without Chloe? She's the one who's always starting things. Pulling us into adventures. I can't imagine life without her. Maybe I haven't told her I'm leaving yet because I still can't believe it's real myself. Holly. See you next time? Let'sondo. Take care. Bye Liu. Musik 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 Oh wow Wir werden wahrscheinlich nicht mehr dazu kommen. Oh, ja. Das ist verrückt. Ich kann sogar nicht vorstellen, was wir so haben. Bereit zu finden? Ein großer Zukunftsfahrer. Sie haben den Audio-Log der größten Piraten in den Böden von Arcadien. Kapitän Bluebeard und Max Silver. Wir waren in der Suche. So, Sie sind in der Suche für die Träume, oder? Also, wenn es Träume ist, Sie sagen. Meine Augen sehen, zwei fairer Piraten-Wenches. Dad, weg! Wir sind im Moment eines wichtiges Projektes. Oh, ein Projektes? Keine Ahnung, dann. Sie wollen es! All right, all right. Supper ist in fünf. Wasse deine Hände, ihr gruby Piraten-Kids. So lame. Wie ich sage, wenn es Träume ist, Sie kommen, Sie kommen zu dem richtigen Ort. Aber Sie bemerken. Die Reise werden schrecklich und voll von schrecklichen Schreck. Schön. Für die Träume des Preis-Isle, Sie brauchen die Map von den Manuskripten von Kapitän Bluebeard. Nur die Map kann leden Sie in den Schreck, die Sie suchen. Aber Sie werden sich veräumt. Uh, wiederum. Nur die Teile purebte werden Sie sehen, was der Amulet zeigt ihnen. Der Amulet. Gut. Und... Uh... Why? Die. Die... Das war... Die... Die... Das war... Kassetto wird später für sie Gold wert. Oh man! Property of Captain Hubert in Long Max Zero. Fingerreich, Mama. Bane of Acadia. Die Geiste von Acadia. Rienes Salonpflicht. Planker Schatzkammer und Kanonen. Kumpelser. Oh Merk, Silber Blube. Pogo the Pirates. The Gang. Pirate Wars. Piratenregeln. Keine Bahnen. Keine Jungs auf dem Schiff. Keine Teile von Piratengeheimnissen. Immer die Beute teilen. Immer den Schatz vergraben. Immer andere Piraten schützen. Eine Missachtung dieser Regeln führt zum Lauf über die Planke. Das sieht aus. Das sieht aus. Ich weiß nicht, ob es die Planke ist. Oh, das ist ja. Hey, schau mal das. Diese Planke ist aus. Du denkst, dass es die Planke ist? Wenn es die Planke ist. Wenn es die Planke ist, dann würde ich es ausprobieren. Vielleicht ist es mit dem Rest des Schiffen. Okay. Time to find this Mac. Auf Wiedersehen. Bye. Untertitelung des ZDF, 2020